Ja, gerade wo sie genau anfangen so, sie ignoriert einfach voll was? Grand Final Hype! Ja, es ist er weg! Sehr gutes Press hier! So, gegen wen hat Mabo eigentlich verloren? Es ist doch Winners Finals! Es ist Grand Finals! Hä? Nee, nee. Nee, warte mal! Ist das Losers? Nein! Warte mal! Ich glaube, er... Ist das jetzt ein Losers Finals oder was ist das Grand? Okay, denn gegen wen hat Mabo verloren? Das war sowas von klar! Oh nein, gegen Kalin? Kralin! Oh! Oh, er ist Deck! Oh, schade! Gibt es eigentlich noch Crew Battle? Ja! Äh, klar, warum nicht? Ich schon! Klar! Du musst mal die restlichen erfragen, die da rum sitzen! Oh! Das war die niceen Becker! So! Ich... Ich muss... Ich muss ja noch irgendwas dazu sagen! Oh, meine Güte! Ich... 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 Ich mein, wenn von dir nix kommt, so... Für die Zuschauer! For the peoples! For the peoples! Ja! Ich mein... Ich weiß nicht, ob noch jemand zuschaut? Und ob die uns verstehen? Ich weiß... Und ich weiß nicht... Warte mal da! Wieso's dann? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Wieso's ein Spot da drinne? Achso! Oh mein Gott! Es kommt immer so gut, wenn ich mir sage, dass war ein Shares! Ja, das ist der... Ja, das ist der... Ja, das ist der... Und jetzt... Und jetzt kommt der... Und? Jetzt kommt der Lucarius da! Und der ist nicht! Ja! Spicy der! Back to neutral? Ne, ich gehe nicht ganz! Oh mein Gott! Wunderfull Bashdance! Oh mein Gott! Oh mein Gott! The Tech Chases! Oh mein Gott! What's going on? Oh mein Gott! Ich kann es nicht glauben! Das viel neutral, oh mein Gott! Oh nein! Was geht was geht, Leute? Wir haben nochmal Marvo gegen Chaos. Marvo wieder mit dem selben Problem. Captain Falcon zu stark im neutral. Lucario kann nichts machen! Er ist einfach nichts möglich. Aber auf jeden Fall sieht es mir schon aus, als hätte er eine bessere Idee dafür, was er machen muss. Ich try hard, ne? Ich kommentiere tatsächlich. Sorry. Oh, das nie! Oh, nie E2, Ragequill, true combo! Falken ist nicht stark in diesem Spiel. Chaos. Ah, ha, 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 das nie. Ah, wir gehen auf Messroy. Wir haben doch letztes Mal schon gewonnen. Wundert mich, dass Chaos das nicht gebant hat. Ah, ja. Das, ja, das kleine grüne ist doch Samus, ne? Ja? Ja? Ja. Ja. Okay, mach ich. Hm. Ja. Doch, hab ich. Ich träum nur. Wunder, wunderschöne Edge Guard. Richtig vorgeführt von Chaos. Captain Falcon ist einfach zu schnell, da kannst du nichts machen. Aber... Sonny, ich spiele ein bisschen schneller! Genau, das hab ich... Das ist, was ich ihm gesagt hab. Warte, bis er mit Aerial approacht, greif ihn und fang an. Wunderschön gebatet. Wartet ihr. Warum approacht? Ja, ich wirts. Mal ab fünf zu approachern. Kann ich ihn! Nicht approachn! Ich signific fest. Das ist Neuro, das ist mit! è è off escuchatomen W slider dass wir fünf mit Oh, Mann. Na, die gibt's nur unterschiedlichen Studenten bei, die wurden das durch wirklich wie die Studenten geworden. Ah, das ist... Oh, Mann. Ja. Tschö. Yo. Ciao. Irgendein Typ ist im Rundern wahrscheinlich. Yo, nice. Okay, Mario. Nutz den Raum, den du hast. Lass ihn den Fehler machen. Und grab ihn dafür. Oder so. Sehr gut. Ja. Ja. Ich glaub das richtig gut wie man es war wie er ist. Das ist eher mal derjenige, der zuerst erwartet nicht. Da du spielst die Nein. Nur so hängen wir uns. Mit minimaler ordentlich. Ne. Ja jetzt mal der Proletzer. Ja jetzt mal ich noch SAG. Mit dem ich da nicht mehr drauf hab. Gut Save hätt ich gehabt? Also richtig. Hat sich sehr gut geachten gerade. Ich bin so fertig ich hab heute noch nicht einmal gegen Toolgar gewettert. Was ist da los? Wir können schon mal ein paar Fernseher abbauen, aber ich glaube, ein paar Leute wollen auf jeden Fall noch zocken. Sie werden noch, wenn ich nichts richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, ich muss noch mein Bettzeug runterbringen oder alles? Also... Lukavi hat es nicht. Ja, das schafft man noch. Ach, schade. Aber schon besser gespielt. Und das zweite Nier endet das zweite Match. Ich weiß nicht, ich finde Falken sehr unattraktiv. Lukas wiederum, weißt du? Das ist ein Mann. Was? Ja, weil genug Stagingstab wir da sind. Sagt man sofort noch Dream. Nicht ganz gut Staging nicht eigentlich. Jawohl Schilling. Ja. Ja. Das ist mein Teampartner. Was soll ich machen? Noi. Außerdem mag ich auch nicht. Oh mein Gott, die Schuss. No Bias, aber fuck Khaleed. Yo! Nicht so! Oh Mau. Neustark! Kommandate, das Curse! Mau hat nicht hingeguckt. Nicht fair! Out! Sheesh, ich hab nicht damit gerechnet, dass Mau so auf die Sack. Oh! Jetzt fängt er wieder. Oh! Schatz! Junge! Der Gangster Aura-Ding. Oh! Oh! Ja, ist das für dich. Shiro, da hast du ihn dir sehr gut beraten. Ja. Auf jeden Fall. Mistakes were made. Ich weiß nicht. Pauli gespielt betrieben. Ich glaube, die Aura umgibt ihn nicht. Ich glaube, das wird auch noch funktionieren. Nein, ist es doch nicht. Weil er hat Wände zum Hochziehen. Er hat genug Platz, um Captain Falcon auszuweichen. Das Ding ist halt, es ist ja auch nicht nur charakterfähig, sondern auch spielerfähig, wie jeder sich auf einen gewissen Stadium halt fühlt. Mau hat einfach noch nicht genug mit Karrier von. So dumm es auch klingt. Er weiß doch nicht wirklich, wie er mit diesem Charakter umgehen soll. Ja, das sowieso nicht, aber das ist das Ding. Also Margo spielt normalerweise Fox, ja? Und Fox ist in Mini immer derjenige, es ist egal. Du kannst die defensive Rolle spielen, aber du kannst auch die aggressive Rolle spielen. Die meisten Leute picken Fox, damit sie die aggressive Rolle spielen. Weil aggressiv macht Spaß. Lucario kannst du aber sehr selten aggressiv spielen. Da musst du ein bisschen Bait & Punish spielen. Und kommt das nicht mal an. Weil dein Punish übertrieb stark ist und dein Lutfühle halt richtig nicht gut ist. Oh, äh, äh. Genau. Siehst du, er, jetzt fängt er an. Er hatte, glaub ich, auch noch einen schwereren Start. Ja. Oh, das nie. Und 3-0. Und ich glaub, die Rolle hat er halt einfach noch nicht ganz drin. Und Handschüller. Oh, 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 oh mein Gott, 3-0. Oh mein Gott. Oh mein Gott.